Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Jogler 66, Stunde der Wahrheit. Das ist heute eine kurze Einleitung in ein Video, das bereits aufgenommen ist. Es ist das erste einer wohl hoffentlich, da hoffe ich und da bete ich für langen Serie, einer Bibelstudie, die Viktor eigentlich angezettelt hat. Ihr wisst, der Übersetzer des Buches hinter den Diktatoren und der auch die Einleitungsvideos zu Herrscher des Bösen gemacht hat, Einleitung und Ausleitungsvideos. Und der es gerne hätte, wenn wir uns mal zusammensetzen für eine Bibelstudie. Und da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das doch und dann laden wir uns noch den Bruder Michael mit ein und dann lassen wir nebenbei mal die Kamera laufen und das ist das Ergebnis, was ihr jetzt sehen werdet. Ungeschnitten von Anfang bis Ende. Unsere Bibelstudie, wo wir anfangen und wo uns das hinführt, das werdet ihr dann sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben noch einmal! We are healed! He was wounded for our transgressions He was bruised for our iniquities The chastisement of our peace was upon Him And with His stripes we are healed He was wounded for our transgressions He was bruised for our iniquities The chastisement of our peace was upon Him And with His stripes And with His stripes And with His stripes We are healed So gut, Bibelstudie Und du möchtest gerne anfangen am Anfang der Bibel Was natürlich auch nicht gerade unvernünftig ist Also Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 Wer soll denn lesen? Weil wir sind ja mit Reihen hier Oh ja, die Resonanz sagt wieder alles Ich also wieder Ja, also ich würde das dir auf jeden Fall überlassen wollen an erster Stelle Oder wenn es darum geht, jemanden zu nominieren Dann denke ich, wirst du Na ja gut, dann lass uns das mal so absprechen, dass wir das halt machen Ich werde das lesen Und wenn es von eurer Seite irgendwie ein Kommentar gibt Oder eine Frage oder sonst irgendwas Dann unterbrecht ihr meine Lesung Und dann sprechen wir darüber Und dann werden wir die Verse irgendwie ein wenig mehr zulichten Ja, also ich denke sonst auch Also ich denke mal Das wird sowieso sonst erstmal eine Art Einleitung Sowieso erstmal geben Die ein bisschen ausführlicher ist Dann werde ich vielleicht auch nochmal kurz sagen Was so meine Motivation ist Und dann Ja, mach das doch Meine Kamera läuft schon Du bist schon dran, du Ach, ich bin schon dran Ich dachte, du machst das jetzt nochmal so ganz so Weißt du, auf die spektakuläre Art und Weise Mit Moin Moin Und hier ist der Bruder Jörg Und heute mal versammelt mit zwei weiteren Brüdern Die Aufnahme läuft hier Und ich mach dann nachher noch ein kleines Einleitungsvideo dazu Und dann schmeiß ich das hier einfach rein Und dann läuft das jetzt durch Das ist eben einfach Deswegen soll es ja auch so sein Das soll eine lockere Unterhaltung zwischen drei Brüdern in Christus sein Die sich hier für eine Bibelstudie zusammenfinden Mehr soll das in Wunder nicht sein Das ist ganz ungezwungen Und das ist Studieren Und deswegen kann die Aufnahme Kann man auch immer ein bisschen durcheinander sprechen Und alles drum und dran Nö, ne, ich nehm das jetzt schon auf Und ich mach nachher noch ein kleines Einleitungsvideo Von einer knappen Minute Das kommt dann dann noch vor Und das ist gut Aber das läuft hier jetzt schon Also Dann mache ich hier eben eine kleine Einleitung Viktor, dass du richtig gut vorgestellt wirst Also ich hab mich hier Das ist aber nett Danke Ich hab mich hier also heute Abend eingefunden Viktor und Michael verbunden über Skype Weil Viktor mich mal darauf angesprochen hat Dass er eigentlich gerne mal eine Bibelstudie machen würde Und neben diesen ganzen Übersetzungsarbeiten Das kann ich verstehen Dass er gerne auch mal den Kopf frei haben möchte Für den Herrn Und es ist ja immer interessanter Eine Bibelstudie mit mehreren Leuten zu machen Solange es nicht zu viel sind Als immer alleine zu studieren Ich meine alleine studieren bringt auch was Aber es bringt auch oftmals etwas Wenn man sich mit anderen austauschen kann Jesus Christus hat gesagt Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind In deren Mitte werde ich sein Wir sind mit dreien hier versammelt Zwar nicht physisch Aber über Skype miteinander verbunden Und wir fragen die Intervention des Heiligen Geistes Und Jesus Christus Um bei uns zu sein Und um uns zu leiten In alle Wahrheit Durch das Studium der Bibel Seiner Bibel Seines Wortes Seines wahren Wortes Dass wir etwas besser Noch etwas besser kennenlernen wollen Ich hatte Viktor gefragt Wo wir denn am besten anfangen können Und er sagte Ja, wir fangen am Anfang an Ich meine, es hätte ja auch sein können Dass er sagen wollte Ah, wir haben gestern In Romanismus und Reformation Jesaja 53 besprochen Ich habe übrigens gerade Ein Einleitungsvideo dazu gemacht Sehr hübsch Das zeige ich euch nachher mal Das mache ich dann als Intro und Outro Zu diesem Video Auch über Jesaja 53 Vers 5 Von Abigail Miller Das mache ich da mit rein Und es gibt auch vielleicht Irgendein Buch im Neuen Testament Wo man hätte anfangen können Man kann natürlich auch sagen Von, wisst ihr was Erste Sitzung einer Bibelstudie Wir fangen am ersten Satz Im ersten Wort Des ersten Kapitels Des ersten Buches Der Bibel an Und arbeiten uns so durch Bis zum Ende Ja, dann kann ich euch sagen Dann wird das eine verdammt lange Studie Die wird dann wohl mehrere Jahre In Beschlag nehmen Aber jedenfalls Lass uns mal sagen Viktor hat beschlossen Wir fangen im ersten Buch Genesis an Und deswegen kann Viktor Dann jetzt auch mal Seine Motivation für diese Studie Ein wenig erklären Bitte schön, Viktor Ja, hallo Moin Moin Und vielen Dank Lieber Bruder Jörg Dass du jetzt ja auch Gerne die Zeit nimmst Dafür Auch um Ja, um uns jetzt Zusammenzufinden Um ein wenig über die Das Wort Gottes Über die Heilige Schrift Zu sprechen Und Ich denke Ganz kurz noch Würde ich vielleicht noch Den Bruder Michael Noch einmal ganz kurz Zu Wort kommen lassen Dass auch deine Zuhörer Auch noch mitbekommen Dass der auch heute mit an Bord ist Und Ja Sag ich doch mal auch ganz An der Stelle Hallo Michael Ich dachte halt Dass du noch ein bisschen Mehr Einleitung hättest Ja, das werde ich gleich Das werde ich gleich noch machen Also okay Also, hallo Michael dann Hallo Hallo Und jetzt gebe ich das Wort weiter Ja, schön Also ich wollte jetzt nur Auch einmal ganz kurz Nicht, bevor ich jetzt Mein Monolog jetzt hier abspannen Dass der Michael komplett untergeht Nein Also Meine Motivation Ursprünglich damals War auch eigentlich Weil Ich Schon von deinen Lesungen Vor Gott Zwei Jahren Oder zweieinhalb Jahren Als das anfing Wo ich das erste Mal Auf deine Videos gestoßen bin Dass Du auch schon So angedeutet hast Dass das mit den Deutschen Bibelübersetzungen So eine Sache halt ist Und wer denn die Möglichkeit hat Der sollte dann doch gleich Warum denn auch nicht Dann Zur King James Bibel greifen Von 1611 Die autorisierte Version Und Ja Das habe ich dann damals auch getan Nach einer Weile Es war dann halt irgendwo doch Ein etwas schwierigerer Einstieg Sicherlich Als wenn man Die Die Ja Das Wort Gottes In der eigenen Sprache Sage ich mal Sich zu Gemüte führt Und Das hat sich dahingehend Aber doch auch Ja ich sag mal Verbessert Da wir ja jetzt wissen Dass die Schlachter 2000 Bibel Auch Eine Ich sag mal Grundsätzlich So sehr Also originalgetreue Übersetzungen Darstellt Aber hier und da Doch so eine Ja ich sag mal Gewisse Fallstricke Bildet Oder Oder sich auftun Wenn man Sage ich mal Nicht so genannt Genau im Bilde ist Allgemein Also Beziehungsweise gerade Vielleicht auch den Kontext Jetzt nicht so richtig Da Rauslesen kann Und Ja ich fand es Jetzt nochmal Interessant Vielleicht an der Stelle auch Diese Lesung Auch zu machen Jetzt nicht nur Für mich persönlich Um vielleicht da jetzt Auch nochmal Einen klaren Ja auch Oder allgemein Auch nochmal Tiefgründer Einstieg auch zu haben Gerade wenn wir Jetzt auch so Zusammen sind Und Das Gemeinsam Auch jetzt Darüber sprechen Sondern Ich denke Das ist auch Irgendwo Wenn man ein bisschen Tiefer auch mit der Bibel Sage ich mal Sich beschäftigt hat Dann ist Ist einem Also es ist mir Zumindest aufgefallen Dass es im Sinne Das 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 himmlischen Vater Auf jeden Fall Sehr gern gesehen ist Beziehungsweise auch Ja Von Jesus Christus Auch Der Letztendlich ja von Den Juden Abgelehnt Mehr oder weniger Wurde Oder beziehungsweise Sie haben ihn ja nicht Als ihren König Angesehen Und wir haben Letztendlich als Bibeltreue Christen Auch immer Irgendwo Dadurch auch Die Pflicht Die Unsere jüdischen Brüder und Schwestern auch Dahingehend Zu reizen Sage ich mal Dass sie auch Erkennen Dass Jesus Christus Ihr Nicht nur ihr Erlöser Sondern auch ihr König Ist Der am Kreuz Eben auch Für ihre Ja du sprichst von Römer 11 11 ne Ja richtig Genau Juden zur Eifersucht Reizen Richtig Ja Und ich glaube Dass man Vielleicht an der Stelle auch Mit so einer Lesung Den Juden Auch zeigt Ja wir lesen Zum Beispiel Jetzt im Buch Genesis Dass sie ja Letztendlich ja Auch Ich weiß jetzt Nicht inwieweit Das jetzt auch Da gibt es ja Letztendlich auch Mittlerweile Verschiedene Strömungen Auch bei den Juden Da gibt es wohl Welche Die sind wohl Auch sehr Noch Ja ich sag mal An diese Ursprünglichen Texte Auch gebunden Also aus der Tora glaube ich Heißt das bei denen Und Manche Ja ich weiß jetzt nicht Ich hab das jetzt Nur mal im Zuge Als ich mich mal Schlau gemacht hab So ein bisschen Was jetzt so Von den jüdischen Gemeinden Inwieweit Die so jetzt Noch in Deutschland Oder beziehungsweise Jetzt auch hier in Hamburg Was sich da noch So bietet Und Da gab es Zumindest Auch immer Eine Doch Ich sag mal Was ich so Jetzt festgestellt hab Dass die zumindest Die jüdische Gemeinde Die hier in Hamburg Ist das noch mal So herausstellt Oder ein Teil davon Weiß jetzt auch nicht Genau Ob es da jetzt auch Noch mal Untergruppen Oder verschiedene Arten noch Ja Sektionen gibt Sozusagen Dass die Auf jeden Fall Am Am Urt Also Auch an den Jetzt An dem Text Den wir jetzt Gleich lesen werden Auch Ja sozusagen Das für sich Als ihr Gesetz Sehen Ich weiß jetzt nicht Inwieweit da Mittlerweile auch Innerhalb des Judentums Da auch Irgendwelche Neue Erneuernden Strömungen Gibt Die jetzt Sagen Also aus Den ersten Fünf Büchern Von Mose Also da Haben wir Jetzt eigentlich Nicht mehr so Sehr Dem Bezug Zu Aber die Sagten Zumindest Hier Dass die Das Für sich Sozusagen Als Grundlage Als Fundament Sehen Und das Tun wir Ja letztendlich Auch Und ich Fand das Jetzt nur So im Zuge Dessen So interessant Wenn man Den Menschen Auch zeigt Ja guck mal Wir Lesen hier Sozusagen Aus derselben Ja wie soll ich Sagen Aus derselben Quelle Aus derselben Aus demselben Ursprung Demselben Brunnen Und Wir wollen Letztendlich Vielleicht auch Damit erreichen Mit so einer Lesung Dass diese Menschen auch Erkennen Dass Vielleicht Schon In diesen Ja Ich sag mal Ersten Fünf Büchern Mose Schon einiges Darauf Hindeutet Dass Nämlich Jesus Christus Ihr Erlöser Kommt Oder Kommen Wird Und Ja Das ist Dann Natürlich Letztendlich Auch Ich sag mal Natürlich Eine tiefere Studie Um Dahin Zu Kommen Dass Die Das Dann Auch Sehen Aber Vielleicht Ist Das Schon Mal So Eine Art Erster Reiz Den Man Vielleicht Setzen Kann Das Auch Für Mich Meine Motivation Und Ja Von meiner Seite Aus Können Wir Gerne Beginnen Ich Hab Sonst Vielleicht Noch Ein paar Informationen Allgemein Jetzt Auch zur Schlachter Bibel Da war Noch Ein Text Dazu Den Fand Ich Gar Nicht Mal So Schlecht Da Kann Ich Mal Einmal Kurz Ein Zwei Absätze Daraus Einmal Kurz Vorlesen Dass Auch Die 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 jetzt zum Beispiel auch deine Lesung begleiten, aber vielleicht noch nicht in der Bibel gelesen haben, weil das habe ich ja eine lange Zeit auch nicht getan, einfach auch hier mit diesem Video auch vielleicht so ein bisschen die Berührungsangst verlieren, da auch mal sich mit diesem Text, mit dem Wort Gottes auch auseinanderzusetzen. Und da gibt es in der Schlachterbibel ganz zu Anfang, das fand ich nur ganz interessant, einmal vielleicht nur so zum grundsätzlichen Verständnis. Jetzt muss ich einmal ganz kurz einen Schluck mir was zu trinken nehmen. Gerne, tu das. Da kann ich inzwischen vielleicht mal ganz kurz eine Sache einwerfen, um das eben mal deutlich zu machen. Wenn du sagst, die Juden studieren vor allen Dingen eben das Alte Testament, so wie es im Allgemeinen genannt wird, also das Gesetz und die Propheten, wie es genannt wird. Viele Juden studieren selbst nur das Tentatuk, wie das heißt, das sind nur die ersten fünf Buche Mose. Kein einziger Jude akzeptiert in irgendeiner Weise das Neue Testament. Das ist für die komplett nicht zu lesen. Wir müssen dann auch noch eben berücksichtigen, dass die Einteilung der Bibel der Juden eine andere ist als unsere. Zum Beispiel das Buch Daniel, das bei uns, bei den Propheten ist. Auch wenn Daniel von der Größe seiner Prophetie ein kleiner Prophet ist, da geht es nicht um bei kleinen und großen Propheten, geht es nicht darum, ob sie wichtige oder unwichtige Dinge vorhergesagt haben, ob sie große Männer oder kleine Männer waren. Es geht darum, ob ihre Prophezeiung lang ausgebreitet war, wie zum Beispiel Jesaja, einer der Großen mit über, ich glaube, was hat er, 65 oder 66 Kapitel. Gegen Daniel mit zwölf Kapiteln ist Daniel ein kleiner. Aber Daniel zum Beispiel kommt in der jüdischen Bibel in den Propheten nicht vor. Das Buch Daniel gehört bei den Juden nicht zu den prophetischen Büchern. Und wenn Daniel nicht zu den prophetischen Büchern gehört, dann ist Daniel eben auch kein Prophet. Dann kann Daniel eben auch die Ankunft Jesu Christi nicht vorhersagen, in deren Denkweise. Daniel Kapitel 9 ist ja absolut ausschlaggebend, um eben genau das zu verstehen. Und das verstehen die Juden eben nicht. Also es geht nicht nur darum, ob die Juden jetzt nur die Bücher Mose lesen oder das ganze Alte Testament. Also sich entweder beschränken auf den Pentateuch, die ersten fünf Bücher Mose, oder auf das ganze sogenannte Alte Testament. Es geht darum, dass sie da noch eine andere Ordnung in den Büchern haben. Und es geht darum, dass sie auch noch andere Bücher damit reinnehmen. Zum Beispiel lesen die Juden auch das Buch der Makabäer. Da gibt es noch das erste und zweite Buch Makabä. Das sind Bücher, die kommen aus der Apokrypha. Die Apokrypha sind Bücher, die Gott nicht vorgesehen hat, um in die Heilige Schrift aufgenommen zu werden. Die besteht aus 66 Büchern. 37 im Alten und 29 im Neuen Testament. Sondern das sind Bücher, die nicht geschrieben wurden durch vom Heiligen Geist eingegebenen Männern. Das sind, ich will die Bücher jetzt gar nicht sagen, die müsst ihr in die Mülle drücken. Ja, das müsst ihr, wenn ihr euch nur an die Bibel haltet. Aber das sind Bücher, die teilweise interessant sind, um bestimmte Geschichten oder Geschichte auch zu verstehen. Zum Beispiel kommt im Buch der Makabäer der Epiphanos vor, der sonst in der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Der im Tempel der Juden, bevor Jesus Christus kam, Schweine geopfert hat. Das findet man sonst nirgendwo in der Bibel. Aber Gott wird seine Gründe gehabt haben, dass er diese Schriften als nicht eingegeben betrachtet und eben nicht in die Bibel mit reintut. Es gibt noch andere Bücher, wie das Buch Henoch zum Beispiel. Ja, ich glaube, das heißt Henoch im Deutschen. Enoch im Englischen, Henoch im Deutschen. Das auch nicht in der Bibel mit drin ist, eben weil es zu den sogenannten Apokryphen gehört. Wenn wir dann über die Bibeln sprechen, über die verschiedenen Sorten der Bibeln, also zum Beispiel die König-James-Bibel, die ja auch für uns sehr wichtig ist, obwohl wir diese Studie ja in Deutsch machen wollen. Aber wir begreifen, dass auch für uns die König-James-Bibel sehr wichtig ist. Du hast es ja selbst schon angeholt, dass teilweise in der Schlachter die Übersetzungen nicht so gut sind. Nun, die Schlachter und die King James haben als Basis denselben Grundtext. Aber das heißt ja nicht, weil der Grundtext derselbe ist, dass die Übersetzung auch in die jeweilige Sprache deswegen absolut die korrekt selbe ist. Und die Schlachter wählt halt teilweise, obwohl sie denselben Grundtext hat, im Deutschen ein anderes Wort, als das Wort, was die englischen Übersetzer der König-James-Bibel wählen. Wobei oftmals das von den englischen Übersetzern gewählte Wort deutlicher ist. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Aber die Bibeln beruhen beide auf dem Textus Receptus im Neuen Testament, aus dem koinetic, griechischen Text, dem über 5000 Dokumente zugrunde liegen, die alle miteinander übereinstimmen. Und im Alten Testament spricht man vom sogenannten masoretischen Text oder dem Majority-Text, also dem Mehrheitstext. Ich weiß aber nicht, auf welchen Texten jetzt genau die jüdischen Bibeln aufgebaut sind. Von daher bin ich sehr vorsichtig, wenn ich jetzt irgendwas über Juden und ihre Bibelstudie und sowas sage, weil ich weiß nicht, welche Grundtexte die gebrauchen. Wie früh wurde nicht bei den Juden bereits die Bibel verfälscht von ihren eigenen Schriftgelehrten. Ich meine, Jesus hat ja nicht für nichts gegen die Schriftgelehrten gewettert und gezetert in seiner Zeit. Und diese Schriftgelehrten waren diejenigen, die die Schrift nicht nur ausgelegt haben, das waren auch diejenigen, die die Schrift bewahrt haben und die die Schrift kopiert haben. Weil es gab ja damals keine Druckmaschinen. Wenn man eine Bibel erstellen wollte, selbst bei den Juden im Alten Testament, da musste alles abgeschrieben werden. Und wer sagt nicht, dass Leute, die eben die Bibel abgeschrieben haben, eben nicht von Gott inspiriert waren und teilweise eben diese Schriften verfälscht haben. Ich weiß nicht, inwieweit die jüdischen Bibeln sich an dieselben Texte halten wie an die Texte, die wir hier, der Schlachter und damit eben auch der König James Bibel zugrunde legen. Aber es ist schon wichtig, einmal anzuholen, dass man die Bibel immer als Ganzes sehen muss. Man kann nicht das Alte Testament ohne das Neue Testament betrachten und man kann nicht das Neue Testament ohne das Alte Testament betrachten. Es ist ein Gott, es ist ein Wort, das unterteilt ist in zwei Verträge, die er mit uns geschlossen hat. Er hat einen Blutvertrag mit seinem erwählten Volk Israel. im Alten Testament geschlossen und er hat einen Geistesvertrag mit demselben Israel im Neuen Testament geschlossen. Aber es ist derselbe Gott, es ist dasselbe Israel, nur einmal physisch und einmal psychisch, aber es ist und bleibt derselbe Gott. Der Gott aus dem Alten Testament ist der Gott aus dem Neuen Testament, auch wenn viele Leute das nicht verstehen wollen, wenn viele Leute da einen Unterschied machen. Deswegen ist es sehr wichtig, immer zu wissen, auf welchem Grundtext basiert sich die Bibel, die ich lese, auf welchem Grundtext basiert sich meine Studie. Einige Zeit vor Jesus Christus auf die Erde kam, wurde das Alte Testament bereits ins Griechische übersetzt. Diesen Text nennt man den 70er Text, Septuagint, the 70s Text im Englischen. Und das ist eine Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Aber das ist keine von Gott inspirierte Übersetzung. Und das ist auch eine Übersetzung, die damals viel in der Welt rumging. Deswegen wussten die Römer ja auch die ganzen Vorhersagen, für die die Juden, dass Israel im Alten Testament im Grunde lebte. Deswegen konnten sie ja solche Dinge wie mit Julius Cäsar zum Beispiel machen, den Pontifex Maximus nennen und dafür sorgen, Julius Cäsar sollte ja der König der neuen Weltordnung sein und so weiter und so weiter. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, schon gar nicht geschichtlich. Aber wir müssen uns immer von einem Ding bewusst sein, welche Bibel wir auch lesen, jede Bibel, in jeder Sprache, in der wir sie heute lesen, hat einen Text, einen Basistext, der ihr zugrunde liegt. Und wenn dieser Basistext korrupt ist, ist die Übersetzung immer korrupt. Aber wenn auch der Basistext, der Richtige ist, da kann die Übersetzung immer noch korrupt sein. Und das ist eben, was wir an einigen Stellen in der Schlachter bereits auch reindeckt haben, dass im Vergleich mit dem Englischen, weil man eben für einen und denselben Ausdruck verschiedene Wörter gebrauchen kann, die aber teilweise verschiedene Bedeutungen haben, dass wir gemerkt haben, dass wenn man Englisch kann, dass man dafür belohnt wird, will ich jetzt mal sagen, dadurch, dass man viele Dinge im Englischen besser versteht als in der deutschen Übersetzung. Das heißt, obwohl die beiden Bibeln, Schlachter 2000 und King James, denselben Basistext, Urtext zugrunde liegen haben, ist es doch so, dass teilweise die englische Bibel, aber ich muss ehrlich sagen, teilweise im Verständnis auch manchmal die deutsche Bibel deutlicher ist. Also es ist immer von Vorteil, wenn man mehrere Sprachen sprechen kann. Das tut aber nun nicht jeder. Deswegen beschränken wir uns hier auf das Studieren der Schlachterbibel. Aber wir nehmen die König James Bibel daneben, um auch während wir lesen, parallel zu lesen und zu vergleichen und dann zu sehen, was sagt die König James und was sagt die Schlachter. Und da haben wir es gleich im allerersten Vers von Genesis. Da kommen wir da gleich drüber. Da haben wir schon mal eine Diskrepanz zwischen diesen beiden. Das wird schon ganz interessant. Das wollte ich nur mal eben sagen, Viktor, deine Motivation, was die Juden mit ins Boot zu nehmen, antrifft in allen Ehren. Und ich bin da ja auch für und ich bin ein absoluter Verfechter von Römer Kapitel 11, Vers 11, dass wir eben die Juden zur Eifersucht reizen müssen, weil wir von ihnen die Erlösung bekommen haben, die ihnen eigentlich zusteht. Aber das ist nicht so leicht. Das sagt sich leicht, aber das ist nicht so leicht. Vor allen Dingen auch deswegen, weil eben die Juden hauptsächlich Jesus Christus nicht und damit das ganze Neue Testament nicht akzeptieren. Aber wie gesagt, es gibt jüdische Strömungen, die lesen allein den Pentateuch, also die ersten fünf Bücher Mose. Es gibt welche, die lesen dann noch die Geschichtsbücher dahinter, also Samuel, Könige und die ganzen Sachen. Und dann gibt es auch welche, die lesen sogar das ganze Alte Testament. Aber da sind eben auch teilweise von den Apokryphen noch Bücher bei, die wir in unserer Bibel hier gar nicht mit beihaben. Das wollte ich nur mal eben so kurz grundlegend sagen. In der Zwischenzeit hast du wahrscheinlich anderthalb Liter saufen können und kannst das Gespräch wieder übernehmen. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast auch schon viele Dinge angesprochen, die ich jetzt glaube ich gar nicht weiter auch so jetzt vertiefen muss, weil, ja, es war jetzt noch mal so prinzipiell, ich denke, für diejenigen, die jetzt darüber nicht informiert sind, also der, du sagtest ja schon, der, das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament, basiert auf dem masoretischen Text, aus dem Hebräischen und das Neue Testament basiert auf dem Textus Rezeptus aus dem Griechischen. Dem Koine-Text, wie er heißt, ja. Ja, das steht auch sogar, auch in der Schlacht, da steht auch noch da noch zwei Sätze dazu, das sagtest du ja auch gerade, also die Grundlage dieser Übersetzung bildet der Textus Rezeptus nach der Ausgabe von Stephanus 1550, wobei einige geringfügige Änderungen nach der späteren Ausgabe von Elsevier 1624 berücksichtigt wurden. Der Grundtext entspricht fast vollständig dem der King James Bibel. Ja. Damit, denke ich, ist auch soweit der, ja, soweit, eigentlich soweit die, denke ich, entscheidenden Dinge schon mal so vorab bekannt gegeben und vielleicht hat ja noch der Bruder Michael noch was hinzuzufügen, bevor wir dann gerne anfangen können. Nö, nö. Ich höre einfach jetzt zu, was der Jörg erzählt. Ja gut, der Jörg erzählt im Grunde nur, dass er jetzt anfängt mit der Schlachter zu lesen und da ich jetzt mal die Gelegenheit habe, das Buch wirklich von Anfang an zu lesen, die Schlachterbibel, die ich hier in der Hand halte, das ist eine übersetzt von Franz Eugen Schlachter nach dem hebräischen und griechischen Grundtext mit Parallelstellen und Studienhilfen der Genfer Bibelgesellschaft, die gedruckt ist im Jahre 2003, das ist also ein Erstdruck, lass uns mal sagen, weil die Bibel heißt zwar Schlachter 2000, aber sie wurde im Grunde veröffentlicht in 2003 und ich fange jetzt natürlich nicht ganz vorne an über die revidierte Bibel und so weiter und so weiter, aber ich fange auf der Seite an, wo das erste Buch Genese steht, aber da steht einleitend über die Bibel selbst etwas drüber und das kann man ja auch schon mal durchlesen, das habe ich mir übrigens noch nie im Leben durchgelesen, also das ist für mich jetzt auch das erste Mal. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das in eurer Bibel stehen habt, aber mir steht hier, das erste Buch der Bibel wurde, wie auch die anderen vier Bücher des Pentateuch, also des griechischen Fünfbuch von Mose, dem großen Propheten Gottes auf Anweisung des Herrn niedergeschrieben. Und das ist schon mal, wer Geschichte studiert, nicht 100% richtig, weil Mose hat nicht alle fünf Bücher geschrieben. Es gibt drei oder vier verschiedene Autoren. Aber da macht mal bitte eure eigene Nachforschung drin, aber er hat absolut den Löwenanteil von den ersten fünf Büchern geschrieben und ist etwa 1500 vor Christus entstanden, also die Pentateuch, die ersten fünf Bücher Mose, ungefähr 1500 vor Christus. Die Juden nennen das erste Buch Mose nach seinem ersten Wort Bereshit, im Anfang. Die griechischen Übersetzer des Alten Testaments nannten es Genesis, das steht für Ursprung oder Entstehung. Es ist ein von Gottes Geist inspirierter Bericht und das ist eben das Wichtige. Die Apokryphen sind eben nicht von Gottes Geist inspirierte Bücher. Es ist ein von Gottes Geist inspirierter Bericht über die Erschaffung der Welt und die Anfänge der Menschheitsgeschichte. Es offenbart uns den Ursprung der Schöpfung und des Menschen, den Sündenfall und das gnärdige Rettungshandeln Gottes. Kapitel 1 bis 11 in Genesis behandeln die Geschichte der Menschheit von Adam bis Abraham. Kapitel 12 bis 50 die Berufung Abrahams und Gottes Verheißung auf ihn sowie den Weg Isaaks und Jakobs, der dann Israel wird, bis zum Aufenthalt der Israeliten in Ägypten. Kein Buch des Alten Testaments ist für das Verständnis der ganzen Heiligen Schrift so grundlegend wichtig wie dieses Buch des Anfangs. Es ist ein unantastbarer Grundstein des Glaubens, eine wunderbare Selbstoffenbarung des lebendigen Gottes. Der Punkt ist, wenn ich jetzt anfange, den ersten Vers im ersten Buch Mose zu lesen und jemand schaut dieses Video und glaubt den ersten Satz nicht, dann kann ich dir jede weitere Zeitverschwendung für dieses Video ersparen. Wenn du es nicht glaubst und wenn du es nicht glauben willst und wenn der Herr dir den Glaube nicht eingibt, um das zu glauben, dann ist diese Studie nicht für dich. oder noch nicht für dich. Musst du vielleicht ein paar Jahre warten und dann nochmal wiederkommen. Also, wir lesen hier über die Urzeit von der Schöpfung bis Abraham, Kapitel 1 bis 11, der Anfang der Welt. Gott erschafft Himmel und Erde. Noch ein weiterer Punkt, bevor ich dann endlich anfange zu lesen. Diese Bibel ist gemacht als eine Studienbibel und sie hat sehr viele Randnoten und Fußnoten und Verweisungen am Rand auf andere Bücher der Bibel. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt hier am Anfang in der Bibel lese, dann verweist das auf Nehemiah, auf Psalme, auf Jeremia, auf Johannes und noch in anderen Dingen auf Sprüche Hebräer und Johannes und so weiter und so weiter. Ich gehe auf diese Randnoten und Fußnoten nicht ein. Aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund, weshalb ich es nicht tue, ist, Gott hat diese Randnoten nicht geschrieben. Die sind von Menschen dazu gefügt. Das heißt, da will dir ein Mensch sagen, um das besser zu verstehen, musst du das und das auch lesen. Die Bibel ist aber eine von Gott heilige eingegebene Schrift und die erklärt sich vollkommen selbst. Und man muss sein Vertrauen nicht in Menschen setzen und deren Fußnoten lesen, weil sonst könnte ich ja zum Beispiel auch anstatt die König James die Genfer Bibel lesen, ja, die Geneva Bibel von 1560 oder 1599, die von vielen, hauptsächlich auch von Calvinisten bevorzugt wird, eben gerade wegen ihrer Fußnoten. Ich will keine Fußnoten in meiner Bibel. Ich will nur einzig und allein das Wort Gottes. Und wenn ich dann später in meiner Studie feststelle von, oh, da könnte ich jetzt aber als Referenz Genesis 1,1 für anführen, da steht das so und so geschrieben und das bezieht sich darauf, dann ist das ja schön. Wenn ich das für mich selber erkenne, wenn der Heilige Geist mich in die Wahrheit leitet, wunderbar, aber nicht, weil ich hier eine Fußnote lese und aufgrund der Fußnote jetzt sage von, ach guck mal, da müssen wir auch Querverweise haben, da müssen wir das und das und das mal lesen. Das mache ich persönlich nicht. Das können aber meine beiden mich begleitenden Brüder hier halten wie der berühmte Dachdecker, wenn die das gerne machen möchten, dann gerne, aber nicht mit mir. Ich mache das nicht. dem ersten Vers. Große Schweigen im Walde heißt, ich kann anfangen. Also, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da haben wir bereits das erste Problem. Ja, gut, wenn Michael sich meldet, dann muss ich es nicht sagen. Bitte, Bruder. Ja, das war genau der erste Vers, über den ich damals gestolpert bin, als ich mir die Schlachter 2000 gekauft habe, weil da die Himmel im Plural genannt waren. Was ich dir dann auch sofort per Skype dann mal geschickt habe. Und da steht halt einfach die Himmel im Plural drin. Währenddessen in der normalen King James Bible halt einfach Heaven steht, steht ganz genau in the beginning God created the Heaven, also ohne S, im Singular and the Earth. Ja, und deswegen steht da die singulare Form von Himmel, also der Himmel und nicht die Himmel. Und davon ausgehend habe ich mir dann in der Software eSort mal die Wurzel oder den Brunnen angeguckt von dem Wort und dieses Wort Heaven ist da als Sharmayim tituliert worden und es gibt da wohl zwei Ausführungen von, es gibt auch ein Plural, aber die King James übersetzt den Singular, die Einzahl, also der Himmel, ein Himmel und die Schlachter 2000 aus mir unerklärlichen Gründen die Pluralform. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier mal eSort aufgemacht, dass die Leute auch wissen, über was du sprichst. eSort ist ein elektronisches Hilfsprogramm zur Bibelstudie, wo immer die Originalworte mit angeführt sind. Also wenn wir hier zum Beispiel jetzt lesen Genesis 1 1, ich mache das jetzt mal eben, hier streiche das mal farblich an, dass ihr das seht, dann steht hier in the beginning, also am Anfang und dann H7 225, was heißt das denn? Da steht Re Sheet, das ist von demselben wie der Stamm des Wortes von Nummer H7218 kommt, das erste anstatt Zeit in Ordnung oder Reihenfolge, ganz spezifisch auch noch die erste Frucht beginnen, der Chief ist, also die höchste, die allererste Frucht, Teilzeit und so weiter. Das jetzt alles ins Deutsche zu übersetzen, ist jetzt natürlich nicht die Absicht. Aber der Punkt ist, hier wird in Ishot jedes Wort aus dem Alten und auch in dem Neuen Testament, im Alten Testament in Hebräisch, wird jedes Wort erklärt. Also ihr seht hier in Hebräisch das Wort geschrieben, das liest man dann auch von links nach rechts. Dann seht ihr hier ist in lateinischen Buchstaben geschrieben, Rechid, wie man es ausspricht und hier Rechid, wie man es ausspricht. From the same as und so weiter und so weiter. Das ist das Ishot Programm. So, und hier sagt Michael, hätte er gesehen, hier ist das Wort Heaven, also Himmel, H8064, Shamayim, Shamay, the second from the being dual or unannounced singular from an unused root meaning to be lofty the sky as aloft the dual perhaps alluding to the visible arch in which the clouds move as well as to the higher ether where the celestial bodies revolve air ex astrologer heaven heavens so wenn man das jetzt versucht mal eben kurz ins deutsche zu übersetzen ich habe zum Glück hier mit Viktor einen professionellen Übersetzer mit in dieser Bibelstudie damit bei der sehr gut helfen kann heißt das also hier die zweite Form einer dualen Sache oder eines ungebrauchten Singular also Einzelwortes von einer ungebrauchten Wurzel heißt es lofty also ich weiß nicht wie man lofty ins deutsche übersetzt sky ist der himmel die luft wie wir im deutschen sagen in der dualität scheint es auch dahin zu weisen auf die auf die sichtbare auf den sichtbaren dom sage ich jetzt mal in welchem sich die wolken bewegen als auch in höhere sphären in höheren äther in höhere sphären wo die göttlichen körper sich aufhalten also mit anderen Worten wird hier gesagt man kann das Wort im Singular verstehen der Himmel weil es kommt aus einem Singular aber man kann es ebenso gut eben auch verstehen als dass es mehrere Himmel gibt die aber in einem sind also wir sprechen jetzt im Grunde von drei Himmeln die Schlachter sagt hierzu in ihrer Erklärung das Wort Schamayim bezeichnet sowohl den Lufthimmel über der Erde wie wir dann zum Beispiel in Mose 5 4 17 nachlesen können das sind halt diese Fußnoten die ich halt nicht mag als auch den Sternenhimmel also zum Beispiel in Mose 5 Mose 4 19 und den Himmel als Thronsitz Gottes also von daher verstehen wir hier schon mal eben dass es drei verschiedene Himmel gibt es gibt den Lufthimmel über der Erde es gibt den Sternenhimmel und es gibt den Himmel mit dem Thronsitz Gottes nun ich glaube dass wir alle drei wo wir hier zusammen sind und diese Bibelstudie machen uns damit einverstanden erklären können und darin übereinstimmen dass diese Aussage dass es diese drei Himmel gibt vollkommen korrekt ist ja ja das stimme ich überein auf jeden Fall ich denke aber für den bibeltreuen Christen gibt es nur den einen Himmel der erstrebenswert ist und da denke ich weiß ich nicht ob man da jetzt so eine Unterscheidung machen sollte ich finde da vielleicht die Schlachter Version noch am besten oder also ich persönlich bin der Meinung der Himmel oder die Himmel der Himmel wo Gott selbst in besteht der ja auch angesprochen ist als letztes der Himmel als Thronsitz Gottes ich weiß nicht ob er den hier am Anfang geschaffen hat denen hat es ja wohl schon vorher gegeben weil Gott war ja schon vor der Schöpfung Gott lebt ja außerhalb dieses zeitlichen Gebildes das er geschaffen hat das ist also schon mal ein Fragezeichen gegen den Himmel der Thronsitz Gottes ist dass er den hier geschaffen haben soll aber den Sternenhimmel natürlich hat er geschaffen nur die Sterne schafft er doch erst an einem späteren Tag das heißt mit anderen Worten der normale Lufthimmel über der Erde der wird am Anfang geschaffen da gehe ich von aus und von daher bin ich persönlich mit meinem Verständnis dafür zu sagen dass wie es in der König James steht in the beginning God created the heaven ohne es and the earth ohne es als Singular ich bin dafür das in dem Singular zu halten ich würde sagen am Anfang schuf Gott Himmel und Erde das ist genau die Aussage die in der Luther Bibel drin steht Ausgabe 1545 unrevidiert hier habe ich Singular drin und deswegen bin ich damals erst recht über die Schlachter Übersetzung gestolpert weil sowohl King James Bibel als auch die Luther Bibel da eben den Singular verwenden Ja da ist ja interessant dazu dass wir eben gelernt haben von Viktor der ja vorhin gesagt hat dass das war doch Viktor der das gesagt hat mit den Texten dass die Schlachter fast 100% auf dem Originaltext beruht Es steht sogar selbst in der Schlachter drin Ja Gut in deiner Schlachter oder in meiner vielleicht irgendwo ein Vorwort oder so aber es ist ja prima Aber der Punkt den wir hier machen wollen ist ja der Sie geben es selber zu dass sie nicht 100% korrekt sind und dadurch dass sie nicht 100% korrekt sind maßen wir uns jetzt einfach die Pflicht an neben diese Schlachter Bibel auch die König James Bibel zu legen und die beiden miteinander zu vergleichen und dann den Heiligen Geist entscheiden zu lassen was er für uns als Wahrheit akzeptiert Ich für mich und ich denke ich habe da sowohl Viktor als auch Michael jetzt mit bei mir akzeptiere am Anfang schuf Gott Himmel und Erde Punkt das war am Anfang dass er danach den Himmel noch unterteilt dass er danach noch Sterne Sonne Mond und alles macht und da reinsetzt das ist eine andere Sache aber am Anfang schuf er Himmel und Erde Ich denke das hat doch einen Grund warum Martin Luther das einfach singular übersetzt hat das heißt die Schriften von Erasmus beispielsweise würden dann ja vermute ich auch den Singular ausweisen und du hast ja mit der Chronologie auch recht ansonsten Erasmus hat den Textus Receptus gemacht nicht den masoretischen Text aus dem Alten Testament die Sache ist die Chronologie die im ersten Buch Mose drin ist würde ja sonst auseinanderfallen wenn man jetzt im ersten Satz ja schon die Chronologie weg macht das heißt die Genesis macht ja eigentlich erst dann Sinn mit den ganzen Tagen wenn man eine Chronologie da drin hat und deswegen bin ich halt auch der Meinung dass es halt einfach nur über der erste Himmel ist weil danach spricht ja die Schöpfung noch über die anderen Ereignisse die da stattgefunden haben an den anderen Tagen ja ich glaube an dem ersten Tag kommen noch andere Dinge das ist ganz richtig vielleicht ist es auch gerade für einen jungen Menschen auch erst mal am Anfang auch wesentlich einfacher zu begreifen ja wobei natürlich wenn wir nachts in die Luft gucken dann sehen wir im Grunde ja nur einen Himmel und tags wenn wir in die Luft gucken sehen wir auch nur einen Himmel aber den Himmel den wir tagsüber sehen ist nicht der Himmel den wir nacht sehen weil tagsüber gucken wir in die blaue Luft da sehen wir nur dieses Firmament nenne ich jetzt mal den Lufthimmel über der Erde in dem auch die Vögel leben nachts sehen wir das nicht weil da sehen wir nur in den Sternenhimmel rein die die Grenze die das diese diese dieses blaue das sich tagsüber für uns rüberlegt das gibt es ja nachts nicht wir sehen ja nachts einen anderen Himmel als tagsüber nur weil wir ihn tagsüber nicht sehen können wir ihn nachts sehen können ist es dann derselbe Himmel ja das der Lufthimmel ist der eine und der Sternenhimmel ist der andere man kann natürlich auch sagen das ist ein und derselbe Himmel du kannst nur nicht immer alles sehen verstehst du was ich meine ja und vor ein die dinge existieren wenn man sie nicht sieht ja eben in der Bibel wird hier der Unterschied gemacht von drei verschiedenen Himmel nur weil ich den einen Himmel sehe und den anderen nicht sehe aber es ist ja nicht weil ich tagsüber den Nachthimmel nicht sehe dass er nicht da ist es ist ja nicht weil ich tagsüber durch den Sonnenschrein und die blaue Atmosphäre die ich hier auf dieser Erde habe die Sterne und Planeten nicht sehen kann dass sie nicht da sind sie sind ja da deswegen muss es ja nicht ein anderer Himmel sein aber in dem Moment wo am Anfang ist am Anfang waren eben die Sterne nicht da deswegen machte der zweite Himmel ja am Anfang wenig Sinn eben da gebe ich dir vollkommen recht deswegen bin ich ja auch ein Befürworter um zu sagen am Anfang schuf Gott Himmel und Erde Punkt aus und nicht die Himmel und Erde ich glaube ganz großer Anteil der ja der überhaupt der Bibelleser und der Zuhörer dieser Bibelstudie haben glaube ich noch nicht so die Sprengkraft alleine des ersten Satzes verinnerlicht ja am Anfang am Anfang am Anfang schuf Gott und zwar mit Gott ist ja auch der höchste Gott gemeint wenn ich in der im Eshot danach gucke also quasi the supreme God der allerhöchste Gott also der der schöpft und nicht der der den halt vielleicht viele Menschen als Gott betiteln sondern der Schöpfer Gott also unser Vater im Himmel Elohim wie er hier im Text heißt genau prima Elohim genau am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dahinter kommt der Punkt und damit sind wir jetzt direkt im diametralen Widerspruch zur gängigen Wissenschaft am Anfang schuf Gott nämlich eben und nicht am Anfang schuf der Einzeller der Ohrknall eine Amöbel wer auch immer irgendetwas sondern am Anfang schuf Gott und die die zweite Sprengkraft die alleine schon in diesem einen ganz simplen Satz drin steckt ist am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und nicht Venus Sonne Mond Mars am Anfang schuf Gott Himmel und Erde also dreht sich ja bei der Schöpfung Gottes alles um die Erde und nicht die Erde dreht sich um alles eben jetzt werden wir ja schon anfällend auf die Evolutionstheorie nein aber mal ganz ehrlich jetzt ich bin dankbar dafür dass du das so ansprichst Michael das ist ja der Punkt den ich vorhin gemacht habe wenn man sich hinsetzt um eine Bibelstudie zu machen und man liest sie man setzt sich hin und man glaubt schon den ersten Satz nicht am Anfang schuf Gott Himmel und Erde dann hat man schon mal ein Problem da muss man im Grunde gar nicht weitermachen wenn ich das nicht glaube wenn ich nicht glaube dass der Ursprung allen Geschöpften und allen Lebens Elohim wie er hier in Eshort heißt im original hebräischen Text unser Vater im Himmel ist wenn ich das nicht glaube dann muss ich schon mal gar nicht weiterlesen weil die Bibel ist nicht Moby Dick die Bibel ist nicht Harry Potter ne das ist die Bibel ist ein Buch mit dem uns also ich finde das ich finde das ein sehr gutes Wort ich bringe das mit Daryl bringen wir das immer im Englischen die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung für unser Leben und wenn schon der erste Satz wenn ich den nicht glaube dann muss ich das Buch auch gar nicht weiter gebrauchen schau wenn ich wenn ich mich in so einen 50 Millionen Euro teuren Kampfjet reinsetzen würde so ein Eurofighter oder was weiß ich und ich weiß nicht wie das Ding fliegt und ich nehme mir das Handbuch und da steht am Anfang müssen sie den Startknopf drücken und ich sage das glaube ich nicht ich mache das anders da muss ich mich auch nicht wundern wenn ich mit dem Ding vernünftig fliegen kann und genauso ist das mit der Bibel am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und wenn ich nicht glaube und wenn ich nicht für mich selber vereinnahme wenn ich mir nicht eigen mache wenn ich das nicht mit meiner jeder einzelnen Phase meines Körpers glaube dann muss ich gar nicht erst weiterlesen weil dann habe ich falsche Voraussetzungen für diese Studie schon mal ich muss es glauben Bibelstudie ist dafür da um den Menschen das Wort Gottes näher zu bringen wenn Gott am ersten Wort im ersten Satz seines Wortes sagt am Anfang schuf ich Himmel und Erde und ich glaube ihm nicht dann muss ich doch gar nicht erst weiterlesen das ist dann verschwendete Zeit da kann ich wahrscheinlich besser Harry Potter lesen oder was in der Richtung ja aber was ja aber was ich halt so besäutend finde ist ich musste ja auch in der Schule mir die Ausführung meiner Biologielehrerin beispielsweise anhören ja so wie kann man so ignorant sein es ist dafür ja ruhig jemand eine andere Meinung dafür haben also ist ja kein Problem ich meine die Leute mit dieser Meinung werden wahrscheinlich diese Lesung nicht hören aber es ist ja jedem umsonst ist ja jedem überlassen hinzugehen und nicht einfach sagen okay stell ich mir doch einfach mal vor das würde stimmen und lese einfach mal weiter ja aber was ich halt so schrecklich finde ist dass die Leute halt so ignorant sind die dürfen wie gesagt eine andere Meinung haben ein anderes Glaubenssystem angehören das liegt mir ja nicht hin es ist ja nicht in meiner Verantwortungsbereiche zu sagen ihr müsst das jetzt lesen ich bin ja aber wie kann man denn nicht weiterlesen und sagen okay stellen wir uns einfach mal vor das würde stimmen und dann macht und gucken lesen einfach mal dieses Buch und gucken mal wie es weitergeht ja wenn ich da schon aussteige beim ersten Satz und sage nee das habe ich in der Schule anders gelernt ja entschuldigung dann bin ich wissenschaftsgläubig dann bin ich abhängig dann bin ich dann habe ich betreutes Denken dann kann ich ja dann kann ich nicht dann kann ich nicht eigenständig denken und sagen okay stellen wir mal eine Hypothese aus und das ist doch eigentlich das was in der Wissenschaft jeden Tag gemacht wird da werden doch jeden Tag Sachen in Zweifel gezogen und dann wird halt eine Hypothese aufgestellt und versucht die zu beweisen warum gehen die Menschen nicht hin und sagen okay dann nehme ich mir halt einfach mal so ein altes Buch wie die Bibel und lese das einfach mal durch und überlege mir mal ob diese ganze Sache nicht in sich schlüssig einen Sinn ergibt also wenn du jetzt mit der Schule anfängst Michael dann muss ich dir sagen deine Lehrerin die dir da was anderes erzählt als das was hier in der Bibel steht das war dann aber auch in einem anderen Schulfach richtig das war dann wahrscheinlich in Biologie oder das war in Geologie also Erdkunde oder das war in Physik oder in Chemie die hat dir was anderes erzählt das ist ja das Problem mit der Schule jedes Fach deswegen heißt es ja auch so eingefächert man wird eingefacht man wird eingeschachtelt jedes Fach hat sein eigenes Thema und den Kindern wird in der Schule bereits abtrainiert um die verschiedenen Fächer miteinander zu verbinden jedes Fach steht nur für sich dein Religionslehrer hat dir gesagt hoffe ich jedenfalls mal am Anfang schuf Gott Himmel und Erde deine Biologie Lehrerin hat dir was anderes gesagt die sagt das aber in Biologie die sagt das nicht in Religion siehst du den Punkt den ich meine? ja ich verstehe das völlig aber man sollte ja irgendwann auch mal so autark sein dass man sich selber Gedanken macht das wäre zumindest zu wünschen denn dann kann man nämlich auch mal die ganzen Sachen vergleichen und muss nicht einfach nur immer kategorisch alles das ausschließen was man nicht gelernt hat in der Bibel wird das ja abtrainiert in der Schule wird das ja abtrainiert dieses selbstständige Denken da wird ja abtrainiert die verschiedenen Verbindungen überhaupt zu legen da wird ja abtrainiert die einzige Verbindung die erlaubt ist ist glaube ich irgendwo zwischen Physik und Mathematik weil das eine kann ohne das andere schwierig bestehen aber ansonsten ansonsten darf man doch glaube ich gar nicht irgendwelche Verbindungen legen zwischen den verschiedenen Fächern und sich einen großen Zusammenhang bilden oder also mir wurde das jedenfalls nicht gelehrt das muss ich mal ganz ehrlich so sagen die Konsequenz daraus wäre dass man auch mit anderen Menschen mit anderen Bevölkerungsschichten mit dem anderen Gespräch schlecht gar nicht mehr reden dürfte wenn man nur grundsätzlich dann in seiner eigenen Doktrin bleibt aber das ist eben das man kann dann nicht dazu lernen man kann auch dann nicht vergleichen aber ich kann dann genauso gut hingehen und sagen wenn ich die Bibel kenne dann kann ich eben vergleichen dann kann ich eben sagen gut das steht alles chronologisch da drin so und so ist das gemacht würde das nicht mehr Sinn ergeben und ich bin der Meinung man kann auch durchaus auf rationalem Wege zur Bibel gelangen indem man nämlich einfach die Aussagen dessen in den Kontext stellt und dann mal schaut macht das nicht mehr Sinn als das was meine Biologielehrerin oder wer auch immer mir damals mal erzählt hat die sind ja nicht dafür verantwortlich dass ich das glaube die sind ja nur dafür verantwortlich dass sie mir das unterrichten mussten aber ich muss das ja nicht glauben in dem Moment wo ich eine Theorie habe und die Evolution ist nichts anderes als eine Theorie ja dann ist die genauso es ist genauso ein Glaubenssystem wie als wenn ich die Entstehung der Welt einer Religion oder einem übernatürlichen Wesen zutraue so die Sachen stehen eigentlich völlig erstmal erstmal als Hypothese gleichberechtigt nebeneinander ich kann nämlich die Evolutionstheorie nicht beweisen bis jetzt und ich werde sie auch wahrscheinlich nie sie wird auch nicht bewiesen werden das wissen wir als bibeltreue Christen schon aber das ist ja nicht der Punkt der Punkt ist die ist genauso ein Glaubenssystem wie jetzt der Kreationismus hier zum Beispiel in der Bibel und deswegen muss ich doch hingehen als normaldenkender Mensch und sagen okay Moment mal die beiden Sachen widersprechen sich aber beides sind quasi Theorien denn ich war ja nicht dabei gewesen ich kann ja nun nicht sagen okay pass mal auf ich gucke mir das alles nochmal an sondern es ist eine Theorie und die kann ich jetzt anhand der Bibel verfolgen oder ich kann sie anhand der Evolutionstheorie und der Wissenschaften und Biologie verfolgen so und dann kann ich doch als normaldenkender Mensch sollte man doch meinen kann man die beiden Sachen miteinander vergleichen und dann seine Einschlüsse daraus ziehen was jetzt richtig ist und was jetzt falsch ist und da lässt ich stimme dir vollkommen zu Entschuldigung ich stimme dir vollkommen zu aber eben als normaldenkender Mensch sagst du immer aber das normale Denken wird dir ja in der Schule abgeleert abgeleert dir wird ja gar nicht beigebracht wie ein normaler Mensch wie du es nennst zu denken und außerdem bist du kein normaler Mensch wenn du so denkst Michael sondern du bist ein abnormaler Mensch du bist ein politisch unkorrekter Mensch weil du machst ja deine eigenen Gedankengänge du lebst ja nicht in dem Gedankenstrom der dir eingetrichtert wird du machst dir ja deine eigenen Gedanken das kann doch nicht sein und schon gar nicht kannst du deine eigenen Gedanken messen an das Wort Gottes das kann schon mal gar nicht sein wo kommen wir denn dahin dann verlässt du doch den Bereich des betreuten Denkens wie du es gerade so schön nanntest das geht doch nicht das ist doch gerade das Problem warum die Kinder so missbraucht werden in unserer Gesellschaft wir haben gerade gestern Abend noch in Romanismus und die Reformation glaube ich doch oder war es nee es war ein Herrscher des Bösen hatten wir doch gelesen von dem Satz als es ging über die Medici Lehrmethode wo es ging um Martin Luther seine Aussprache dass wir unsere Kinder tagtäglich im Evangelium unterrichten müssen und wenn wir das nicht tun und wir senden sie auf Schulen in denen das Evangelium nicht tagtäglich in die Kinder eingeleert wird dass diese Schulen zu weit geöffneten Pforten der Hölle werden und dass schlussendlich jede Lehrinstitution auf die wir gehen in der nicht die Schrift als oberstes hochgehalten und geleert wird korrupt wird ja das führt ja sogar so weit dass letztendlich ja dann die Mastis schon fast diesen ersten Satz in der Bibel schon für absurd hält den ersten Satz eben dafür sorgen diese Lehranstalten eben das ist doch genau mein Punkt deswegen sag ich ja wenn jemand sich jetzt hier hinsetzt und dieses Video anschaut das wir jetzt hier produzieren und der glaubt schon mal nicht den ersten Satz dann ist er so von diesem System indoktriniert gewesen dass er überhaupt gar keine andere Denkweise mehr zulässt und dass er die Indoktrination der Evolutionsglaubenslehre aus der Schule so für Wahrheit nimmt dass er keine andere Wahrheit daneben auch nur akzeptieren möchte und sagt am Anfang schuf Gott Himmel Ja gut solchen Leuten kann man eben einfach nicht helfen die sind eben geistig verloren aber es gibt Leute die wachen auf einmal auf und sagen von ja dann legen die auf einmal Verbindungen wie Michael das gerade gemacht hat und sagen äh warte mal in Biologie oder Erdkunde oder Physik oder was auch immer da haben sie mir doch damals erzählt da ist aus nichts irgendwas explodiert und hat dann alles gemacht vor so und so vielen Milliarden Jahren und irgendwie und auf einmal war da eine Zelle so aus dem Nix ist die da gekommen und die hat dann eine Zeit in dieser Ursuppe rumgeplanscht und weil sie so alleine waren sie gesagt dann teile ich mich doch mal dann bin ich nicht mehr alleine und dann hat die Zellteilung angefangen und dann hat es einzellige und mehrzellige Lebewesen so aus dem Nichts gegeben das kann ja alles sein aber hier steht auf einmal am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde oder Himmel und Erde das ist ja auf einmal ganz anders was ist denn da jetzt dran das einzige was man tun kann mit diesem Satz hier zu lesen ist die Neugier zu wecken in den in den Leuten das einzige was wir hier machen können ist probieren die Leute und jetzt komme ich mal auf das zurück was Bruder Viktor am Anfang bereits gesagt hat die Juden zur Eifersucht erwecken ja dadurch dass wir Heiden heute dadurch dass wir Jesus Christus angenommen haben und keine Heiden mehr sind sondern Christen die Erlösung haben die den Juden erst versprochen war diese Eifersucht die wir den Juden anlernen möchten diese Eifersucht muss man in den Lesern schüren die an die Bibel herantreten in dem Unglauben von am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde das glaube ich nicht die müssen wir zu der Eifersucht erregen dass sie begreifen von ja aber lies doch mal weiter und sieh dann ob es nicht vielleicht Sinn macht dass es mehr Sinn macht was du hier in diesem Buch liest als das was irgendein Doktor oder Professor oder sonst wie Lehrer in der Schule oder Universität dir über die Entstehung der Erde erzählt hat und mess die beiden empirisch an deinen Verstand und komm vielleicht mal zu der Einsicht dass vielleicht auch noch ein anderer Weg der richtige sein kann nicht der der dir dein ganzes Leben lang eingetrichtert wurde sondern vielleicht der der schon seit tausenden von Jahren Bestand hat ja das ist halt sehr sehr schwierig weil man damit gegen 99 Prozent gegen den Strom schwimmt aber wenn man gegen den Strom schwimmt kommt man eigentlich in der Regel zur Quelle und bei diesem Satz am Anfang ist halt die Chronologie insofern dass am Anfang zuerst mal der Himmel und die Erde geschaffen worden ist und danach kommt erstmal alles das heißt ich habe eine Wertigkeit da drin am Anfang scheint es wichtig gewesen zu sein die Erde zu formen die Erde zu kreieren und den Himmel und alles andere scheint von der von der zeitlichen Abfolge her untergeordnet zu sein ansonsten macht man ja normalerweise die wichtigen Sachen wo zuerst das heißt wenn ich ein Haus baue ein Fundament baue oder ein Haus baue dann fange ich mit dem Fundament an und nicht mit dem Dach und nicht mit dem Dach mit dem Schornstein ja so und jetzt haben wir hier Himmel und Erde das heißt wir haben jetzt hier die die feste Fläche der Erde ja und wir haben halt den Himmel über der Erde so das ist das erste was geschaffen worden ist und da muss man uns halt einfach die Frage stellen macht das nicht mehr Sinn macht das nicht mehr Sinn dass hier diese Erde der bewohnte Planet der blaue Planet der Planet des Lebens ist der Planet wo auch wo hier die ganze Menschheit versammelt ist als wenn wir jetzt hingehen und sagen würden ja gut aber da gibt es noch andere Himmelskörper wie zum Beispiel so ein Jupiter der ist viel größer der ist viel schwerer das ist ein Gasriese der ist bestimmt wichtiger ja dann frage ich mich Entschuldigung warum ist da kein humanides humanoides Leben ja wo sind denn da die ganzen Menschen Flugzeuge und Natur was ist denn da nee ist ein Gasriese ja und ist letzten Endes dann zwar groß und mächtig und sieht irgendwie schön aus aber ist halt nicht bewohnt da findet kein Leben statt und deswegen findet da auch keine Fortpflanzung statt und die sonstigen angenehmen Nebensächtigkeiten es findet da nichts statt es ist einfach im Himmelskörper genau wie die Venus oder der Mars der leuchtet dann rot vor sich hin und sagt ey jeder der der kann eins auf die Nase kriegen ich bin der Mars ich bin hier der der Planet dem der Krieg nachgesagt wird und die Aggression deswegen habe ich vor 20 Jahren schon mal in einem entsprechenden Forum gepostet ich glaube nicht dass die Menschheit auf den Mars umsiedeln wird weil es gibt da einfach nur Streit und Krieg alleine schon aus der Analogie heraus als roter Planet und halt als Kriegsgott der Römer das wird sicherlich nicht nett ablaufen da wenn man mal die Geschichte des Mars verfolgt aber darum geht es nicht es geht einfach um die Chronologie um die Synchronicität und wenn heute beispielsweise erzählt wird von wegen ja das Universum dehnt sich immer noch aus dann frage ich mich okay wo ist denn der Ursprung wo ist denn der Mittelpunkt wenn sich irgendwas ausdehnt dann muss man sich ja irgendetwas von etwas muss ja eine Basis da sein ja irgendetwas wovon es sich ausdehnt von etwas wegbewegt ja und da ist sich die Wissenschaft überhaupt nicht einig ob das Universum überhaupt einen Anfang oder ein Ende hat das heißt es gibt da einfach jede Frage die du stellst impliziert wie die nächsten Fragen und du drehst dich wissenschaftsmäßig meiner Meinung nach immer im Kreis immer es kann ja keiner beweisen weil es zu der Zeit wo die Entstehung ist halt nur irgendwelche Überbleibsel gibt und das lässt sich so wissenschaftlich mit verschiedensten Methoden zwar in irgendeiner Art und Weise ganz interessant darstellen aber es lässt sich final einfach nicht beweisen schon gar nicht mit der Pseudowissenschaft die wir heutzutage haben ja aber ich will den Leuten ja nichts das Problem ist der Universität der Gymnasiallehrer oder Lehrerin die Mia Biologie beigebracht hat der Hauptschullehrer der Mia Politik beigebracht hat und so weiter die geben das Wissen weiter was die auf ihren Universitäten von ihren Professoren weitergegeben bekommen haben die das wiederum von ihren Professoren das heißt die ganze Geschichte geht über Jahrhunderte hinweg jetzt schon und immer als und immer mit mit neuen Kreationen mit neuer Wissenschaft und neuen Erkenntnissen das heißt habe ich jetzt einen Lehrer der hochintelligent ist der im Jahre 1750 mir irgendetwas erzählt und sagt ey Michael nicht weiter erzählen aber ich habe was entdeckt das Universum ist von Ameisen gegründet worden hätte ich dem wahrscheinlich geglaubt weil der ist ja Professor so und mit 200 Jahre knapp 180 Jahre später kommt dann George Lemaitre mit seiner Urknalltheorie ja und sagt dann ey das ist er hat einen riesen Bums gegeben da hat sich Materie hat sich so verdichtet und plötzlich ist alles aufeinander geflogen so jetzt ist die Frage ist der Universitätsprofessor von 1750 jetzt dümmer als sein Kollege von 1930 oder 1938 oder ist vielleicht jetzt nicht der die jetzige Theorie der Evolution in 50 Jahren genauso dämlich ja welche neuen Wahrheiten kommen denn in 20 oder 50 Jahren plötzlich auf uns zu wovon die Leute jetzt heutzutage überzeugt sind und sagen genauso überzeugt sind wie die Evolutionstheorie so aber die Geschichte der Erschaffung der Welt aus einem göttlichen Wesen jenseits von Zeit und Raum hat sich über die ganzen Jahrtausende nicht geändert wenn man zumindest die Urtexte hat und die übersetzt das heißt da hat sich jetzt nicht jede 30 Jahre neue Version eingeschlichen wenn wir mal ehrlich sind hat sich die King James in der ganzen Zeit nicht 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 verändert aber die Version der Wahrheit die mir auf der Schule und Universität erzählt wird die kann sich ja in 30 50 70 Jahren wieder verändern wo es wie gesagt im Jahre 1800 Leute bestimmt nicht dümmer ja aber die Wissenschaft die Lüge Michael kann doch nur überleben durch die Dynamik die sie entwickeln muss dass sie sich immer wieder anpasst nur dadurch kann die Lüge überleben die Wahrheit verändert sich nicht die Wahrheit bleibt die Wahrheit aber die Lüge muss sich ständig verändern eben weil ständig irgendwelche Leute irgendwelche Dinge hinterfragen eben weil ständig irgendwelche zwischen Anführungszeichen neuen Entdeckungen kommen muss sich die Lüge immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen und muss immer wieder verändert werden ich meine das beste Beispiel ist doch und dann sollten wir langsam mal zur Bibel zurückkommen vielleicht das beste Beispiel ist doch dass sowohl dir als mir als wir in den 70er Jahren in die Schule gingen gelehrt wurde dass wir auf eine Eiszeit zugehen und heute 40 Jahre später schlagen sie uns globale Erwärmung um die Ohren 40 Jahre wenn man sich dann mal die Mühe macht diesen blöden Film von Al Gore an Inconvenient Truth also eine unbequeme Wahrheit anzuschauen dann kann man ja nur sagen was man will aber der Mann bezieht alles auf seine Evolutionstheorie und spricht in Zeiten von Hunderttausenden und Millionen von Jahren wenn es um Klimatveränderungen geht nicht 40 Jahre in den 80er und 70er 80er gab es ja auch noch diesen berüchtigten sauren Regen und heutzutage sehe ich also hier Straßenfahrzeuge Unimux der städtischen Stadtwerke die halt da an den ganzen Autobahnen die ganzen Bäume wieder gerade schneiden weil die zu sehr wachsen und heutzutage ist das der Borkenkäfer der die Bäume vernichtet im Harz ja gut aber der hat in 40 Jahren auch wieder Pause weil dann wieder ein neuer Grund gefunden wird wahrscheinlich kommt dann die Seidenraube die Bäume anfallen oder so ja vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Trollwesen oder irgendwelche Mischdinge man weiß es nicht gut also lass uns mal auf den Punkt zurückkommen wir wollten eigentlich eine Bibelstudie machen und die Bibelstudie fängt nun mal an mit dem ersten Satz im ersten Buch am Anfang schuf Gott Himmel und Erde wenn wir das uns nicht verinnerlichen wenn wir das nicht glauben wenn wir das nicht glauben wollen oder aus welchem Grund auch immer dann hat weiterlesen in diesem Buch keinen Sinn wenn wir wenn wir sagen hier steht was ganz anderes als das was ich mein Leben lang irgendwo gelehrt habe jetzt möchte ich doch mal eben von dem Punkt aus gehen jetzt möchte ich doch mal eben verstehen warum Jesus gesagt hat schickt die Kinder zu mir denn ihrer ist das Reich Gottes warum wollte Jesus Christus die Kinder haben weil die Kinder noch nicht indoktriniert sind mit falschem Wissen weil sie deswegen der Wahrheit unverfälscht gegenüberstehen und die Wahrheit aufsaugen können wie ein Schwamm weil in ihren Köpfen nichts anderes ist mit der sie wo sie die Wahrheit drüber legen müssen sondern die Wahrheit füllt direkt ihren ganzen Kopf und wenn ich mich an eine Bibelstudie wie diese ranwage dann muss ich mich mal trauen alles das was ich bis jetzt in meinem Leben gehört gelesen gesehen gelernt habe wegzutun ich muss versuchen mir mehr oder weniger auf eine psychische nicht auf eine physische Art und Weise das Gehirn wegzublasen alles wegzutun was da drin ist und sage ey ich fange mal an zu lesen am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde oder einfach mal alles ausblenden was dir jemals ein Mensch erzählt hat deswegen sage ich das Gehirn wegblasen genau das meine ich damit alles raus tun was ich bis jetzt da drin habe ob ich das jetzt von anderen Menschen gelehrt bekommen habe ob ich das im Fernsehen gesehen habe ob ich das in der Schule gelehrt bekommen habe auf der Universität oder wo auch immer ich muss einfach probieren mit einem klaren Kopf mit einem leeren Kopf nicht dumm nicht einfältig aber mit einem ungebrauchten das ist wie mit einem neuen Computer wenn ihr euch einen neuen Computer kauft dann wollt ihr doch auch nicht dass auf der Hartscheibe da schon was 25 Terabyte Daten draufstehen die ihr erst alle überschreiben müsst bevor ihr euren Kram da drauf machen könnt genauso ist das hier auch macht eure Festplatte im Kopf leer drückt auf Erase Format Doppelpunkt C Enter und lass es einfach mal wirken am Anfang schuf Gott Himmel und Erde die Erde aber war wüst und leer er hat sie auch gerade erst geschaffen kann ja noch nicht drin sein und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach es werde Licht und es wurde Licht er er sprach es werde Licht und es wurde Licht warum weil er es sprach er kann es was er sagt ist Gesetz und Gott sah dass das Licht gut war da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag auch hier ganz ganz wichtig ich sage oft in meinen Videos ich habe es inzwischen aufgegeben die Leute begreifen es doch nicht und Michael hat es gestern Abend auch nicht begriffen als ich ihm sagte wenn wir die Bibelstudie machen achso ja ja okay der Tag beginnt mit dem Abend es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag ein Tag besteht aus Abend und Morgen aber erst kommt der Abend und dann kommt der Morgen warum am Anfang war die Finsternis als Gott Himmel und Erde geschaffen hat da war die Erde Wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe dann sprach Gott es werde Licht und es wurde Licht also erst war die Finsternis dann war das Licht deswegen beginnt der Tag es wurde Abend es wurde Morgen deswegen beginnt der Tag mit dem Abend mit der Finsternis und er geht über in den Tag und der Tag endet dann wenn das Sonnenlicht sage ich jetzt mal um es ein bisschen plastisch zu machen untergeht dann fängt der neue Tag an der neue Tag fängt mit der Nacht an ja ich habe es nur gestern nicht so schnell begriffen weil ich ja auch jetzt 50 Jahre indoktriniert bin von dieser ganzen DIN ISO Mist von der ganzen Tageseinteilung der 24 Stunden ja und dass der Tag halt einfach um 0 Uhr beginnt was ich dazu sagen wollte ist du hast jetzt gleichzeitig bei deiner Lesung der Verse nicht den Bibeltext eingeblendet ich habe jetzt gedacht du wolltest den Text gleichzeitig mit einblenden irgendwo nö gut dann ist es so dass ich noch eben kurz sagen wollte zwischen dem Genesis 1 1 also bevor da geschrieben wird und die Erde war wüst und leer da hat schon die dunkle Seite interveniert und die sogenannten prä-adamitischen Geschichten reingemacht also da gibt es direkt schon die ersten unsinnigen Kreationen dass es vor Adam und Eva schon mal eine Zivilisation gegeben hätte die überhaupt nicht die völlig irrsinnig ist und die einfach nur zeigt dass also der Gegenspieler der die Bibel am meisten hasst nämlich Satan und seine Mitstreiter da versuchen die Bibel zu verfälschen und deswegen ist es ganz ganz wichtig Stück für Stück und Schritt für Schritt und Satz für Satz und Wort für Wort vorzugehen um letzten Endes sich dafür zu rüsten dann zu sagen Moment mal am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer da sind noch keine Menschen geschaffen worden da sind noch keine Lebewesen geschaffen worden da war alles wüst und leer und leer heißt da ist keine Materie ja da ist nichts geschaffenes da ist noch kein Lebewesen auf der Welt und damit ist da auch kein Mensch geschöpft worden ja und auch kein sonstiges Wesen zumindest nicht hier auf der Erde ja das wollte ich am Mittag zu sagen ja auch kein Vormensch auch keine Vordinosaurier und was irgendwie alles kein Chromagnon ja es war eben gar nichts da es war das da wie es hier eben steht am Anfang schuf Gott Himmel und Erde also am Anfang war Gonyx dann schuf Gott Himmel und Erde die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach es werde Licht und wenn hier Gottes Geist über den Wassern schwebt das kann er ja machen dafür ist er ja da er hat es doch gerade erst geschaffen er guckt sich doch seine Schöpfung an er geht darüber und schaut jetzt was mache ich jetzt daraus nicht dass er jetzt so denkt der hatte vorher schon seinen Plan war ja alles schon vor bevor es geschaffen war bereits festgelegt wie es werden würde nur um das jetzt ein wenig zu verbildlichen Gottes Geist schwebte über den Wassern was heißt denn das Gott ist bereits mit der Erde Gott ist bereits hier erst mit uns bevor der Mensch überhaupt da ist ist Gott schon auf der Erde derjenige der geschaffen hat ist da er ist präsent genau und da erst danach das Licht also danach erst Licht geschaffen worden ist im Vers 3 kann es vorher keine Kreation gegeben haben also war ja kein Leben möglich war auf dieser Erde ja weil ja nur Finsternis da war und Wüst und leer alles war also es waren keine Bestandsstoffe da ja keine Nahrung da noch nicht mal Licht da und so kann halt keine Atome da nichts so kann halt nichts entstehen so kann halt nichts leben nichts vegetieren und deswegen macht dieser Einschub dieser satanischen Lehre und gnostischen Lehre überhaupt null Sinn Null Sinn Im Licht der Bibel wird ganz deutlich dass es sich um nichts anderes als eine Lüge eine Fabel und eine erfundene Geschichte eben handeln kann ja und ich finde es halt so unheimlich interessant dass gerade die Bibel mit so wenigen Worten so viel aussagt das habe ich nirgendwo anders gesehen so eine Dichte der Information so auf den Punkt ja das ist eben weil es Gotteswort ist und nicht Menschenworte ja also ich finde persönlich auch eine kleine Erklärung eben mal in das Hebräische dazu wenn wir lesen die Erde war wüst und leer das hebräische Wort dafür ist Tohu Wabohu haben wir uns das als Kinder nicht oftmals anhören müssen wenn wir unsere Kinderzimmer gerade eine Stunde oder zwei gespielt hatten und unsere Mutter kam rein und rief was ist denn das hier für ein Tohu Wabohu das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa das ist ja hier wie bei den Vandalen die Älteren unter uns erinnern sich sicher nicht noch da dran es ist doch mal witzig zu bemerken wie viele Worte die wir in unserem Wortschatz oftmals gebrauchen hier auf die Ur Bibel zurückgehen im zweiten Vers im ersten Buch der Bibel sagt der Herr Tohu Wabohu ich finde es so bezeichnend wie wir oftmals diese Worte in unserer Sprache heutzutage gebrauchen und gar nicht wissen wo die Worte herkommen aber auf der anderen Seite dann hier sehen welchen Ursprung sie haben ich sagte auch gerade das sieht hier aus wie bei den Vandalen die Vandalen sind auch ein Volk das die römisch-katholische Kirche vernichtet hat um an ihre Macht zu gelangen im 5. Jahrhundert das weiß heute auch keiner mehr und wenn eure Mutter zu euch sagt ich werde dir mal die Leviten lesen hast du eigentlich verstanden was das ist ich habe das erst verstanden seit ich die Bibel kenne und weiß dass die Leviten ein Volk von Israel waren und zwar das Priestervolk das dafür sorgt dass die Menschen geordnet für die Opferungen erscheinen deswegen die Leviten lesen das Gesetz lesen da hat man nämlich die Priester für nötig im alten Israel gibt es unendliche Beispiele ob es jetzt der Sündenbock ist oder die Hiobs Botschaft da können wir jetzt unendlich und die interessante ist ja tatsächlich es liest keiner die alten Schriften weil keiner die alten Schriften lesen soll deswegen fangen wir damit jetzt hier an wir kommen zwar nicht besonders weit heute aber wir fangen damit jetzt an sag mal Victor bist du eigentlich noch da ja ich höre gespannt zu auf jeden Fall klingt auch alles sehr schlüssig nein ist wirklich so also ich fand jetzt auch so jetzt im Zuge dessen dass wir schon sagten eben auch bei Satz 1 äh bei Vers 1 dass letztendlich von dort aus ja also das von der Erde aus der Ursprung ist und jetzt konkludent sag ich mal schöpfte Gott dann halt ein hat das Licht gemacht um Licht zu schaffen auf der Erde nicht nur auf der Erde also er hat nicht erst das Licht geschaffen und dann die Erde sondern halt erst die Erde und dann das Licht genau was ja auch absolut total schlüssig ist ja und wir sprechen hier nicht von dem Sonnenlicht da kommen wir glaube ich später zu ja weil die Sonne wird erst viel später geschaffen am ersten Tag die erste Handlung die Gott macht nachdem er Himmel und Erde schafft die erste Handlung die er danach macht ist er sagt es wäre Licht und es wurde Licht aber die Sonne war noch gar nicht da also hat hat das Licht an sich mit der Sonne überhaupt nichts zu tun die Sonne ist lediglich ein Körper die eine bestimmte Art und Weise des Lichtes gibt aber Jesus Christus hat gesagt dass er das Licht des Lebens ist und Johannes hat gesagt am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott ja Bibelstudie kann verdammt interessant sein verdammt Entschuldigung kann sehr interessant sein sehr interessant man muss sich nur richtig daran halten es macht unglaublich Spaß ich lese jetzt genesis 1 und es macht mir immer wieder Spaß und immer wieder erkenne ich neue Dinge darin und das ist das wo man merkt dass der Heilige Geist einen langsam aber sicher in alle Wahrheit leitet die Erde aber war wüst und leer nachdem sie geschaffen war es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern und Gott sprach es werde Licht und es wurde Licht weil er es sprach er sprach es in Existenz genauso wie er den Himmel und die Erde in Existenz gesprochen hat und damit sind wir auch genau bei einer anderen Geschichte denn das Wort war bei Gott und wenn das Wort sagt lass es Licht sein es werde Licht dann war es Licht denn durch das Wort ist alles entstanden und nichts ist entstanden was nicht durch ihn entstanden ist genau durch das Wort ist alles entstanden und das ist entstanden nicht nur durch das Wort sondern das ist entstanden durch einen Vers und der eine Vers wäre ein Univers damit hast du beispielsweise auch eine Allegorie zum Universum da hast du einen Univers da hast du einen Satz der heißt es Gott sprach es werde Licht das ist der eine Satz Univers ich weiß dass es da differente Meinungen zu gibt aber warum heißt denn Universum Universum oder Universe auf Englisch wo 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 denn da der wirkliche Wortstamm her vom Universum und Universum ist halt nun mal ein Singular es gibt nicht mehrere es gibt zwar angeblich in der Wissenschaft lautend mehrere Universen aber Univers da kann man jeder für sich selber auch mal überlegen wo der Wortstamm herkommt und kann sich da auch mal Gedanken zu mehrere einzelne oder alleinige mehrere alleinige ist ja ein Widerspruch in sich selber ja genau genau gut wollen wir noch ein wenig weiterlesen ja also wir haben ja zumindest den ersten Tag schon mal geschafft ich lese es nochmal am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde ich lese so wie es hier steht wir haben es erklärt wie wir da anders drüber denken die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah dass das Licht gut war da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag und Gott sprach es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und es geschah so und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag hier können wir jetzt sagen dass Gott die Himmel schuf nicht wahr er nannte die Ausdehnung Himmel am Anfang schuf Gott Himmel und Erde da schuf er einen Himmel und jetzt machte er eine Ausdehnung und er schaffte einen anderen Himmel dann ist das für mich hier ein zweiter Himmel der vorher da so noch nicht war sonst hätte er die Scheidung nicht machen müssen zwischen den Wassern also Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend es wurde Morgen der zweite Tag und Gott sprach es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort damit man das trockene sehe und es geschah so und Gott nannte das trockene Erde aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer und Gott sah dass es gut war und Gott sprach die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs das Samen hervorbringt frucht tragende Bäume auf der Erde von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art in denen ihr Same ist und es geschah so und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor das Samen trägt nach seiner Art und Bäume die Früchte bringen in denen ihr Same ist nach ihrer Art und Gott sah dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag wir haben jetzt gerade eben gelernt dass ein Apfelbaum ein Apfel fortbringt dass ein Birnenbaum eine Birne fortbringt dass ein Rhabarber Strauch Rhabarber fortbringt und dass Gras Gras fortbringt und nicht wie in der Evolutionstheorie gelehrt wird obwohl sie es nicht beweisen können dass ein Apfelbaum eine Pflaume hervorbringt weil dann wäre er ja kein Apfelbaum mehr dann wäre er ein Pflaumenbaum aber in der Evolutionstheorie kommt ja alles aus dieser einen Zelle und aus der ist alles gekommen und die gibt dann verschiedene Variationen wenn wir nachher zur Schöpfung der Tiere kommen dann lernen wir in der Evolution auch dass ein Elefant ja genauso gut eine Maus gebären kann weil irgendwo müssen die Mäuse herkommen aber ich will jetzt nicht zu weit abwandeln aber ich finde es ganz wichtig dass wir uns Vers 12 noch mal gut vor Augen halten die Erde brachte Gras und Gewächs hervor das Samen trägt nach seiner Art und Bäume die Früchte bringen in denen ihr Same ist nach ihrer Art nicht irgendwie kreuz und quer jedes nach seiner Art und Gott sah dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag und Gott sprach es sollen Lichter an der Himmels Ausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage Jahre und als Leuchten an der Himmels Ausdehnung dass sie die Erde beleuchten und es geschah so und Gott machte die zwei großen Lichter das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht dazu die Sterne und Gott setzte sie an die Himmels Ausdehnung damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und das Licht und die Finsternis scheiden und Gott sah dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen der vierte Tag Nun hier haben wir jetzt gerade eben etwas so dermaßen interessantes gelesen dass die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht darüber stolpern bin ich am Anfang ja auch nicht als ich die Bibel gelesen habe Am dritten Tag lesen wir in Vers 12 die Erde brachte Gras und Gewächse vor das Samen trägt nach seiner Art und Bäume die Früchte bringen in denen ihr Same ist nach ihrer Art und dann lesen wir am vierten Tag Gott machte die zwei großen Lichter das große Licht zur Beherrschung des Tages das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht dazu die Sterne die macht er so eben und nebenbei die Sterne und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden und Gott sah dass es gut war also wir sprechen hier glaube dass niemand das anzweifelt über die Schöpfung von Sonne und Mond das große Licht die Sonne für den Tag das kleine Licht den Mond für die Nacht diese sollen uns helfen Zeiten nämlich Tage und Jahre zu unterscheiden und eben auch Jahreszeiten zu unterscheiden der Punkt ist in Vers 12 lesen wir dass die Pflanzen geschöpft werden und in Vers 16 und 17 lesen wir dass die Lichter gemacht werden die er damit an die Himmelsausdehnung setzt dass sie die Erde beleuchten also in der Schöpfungsgeschichte des unendlich weisen und einzigen Gottes brauchen die Pflanzen das Licht der Sonne nicht um zu wachsen brauchen die Pflanzen das Licht der Sonne nicht um zu überleben weil wir haben am Anfang des Buches gelesen und Gott sprach es werde Licht wenn die Pflanzen Licht brauchen um zu wachsen dann war das Licht ja bereits am Anfang da das Sonnenlicht und das Mondlicht wurde hier erst viel später geschaffen wenn also Gott erst die Pflanzen schafft und danach die Sonne gibt dann die Sonne Leben oder gibt Gott Leben ist das nicht mal eine interessante Frage um drüber nachzudenken meine Brüder und vor allen Dingen was ist mit der Photosynthese Weiß nicht Ja die Liebe sagt ja dass halt ein Wachstum also ich müsste jetzt mal selber googeln aber das ist halt ein Gedanke der mir gerade kommt die besagt ja dass Wachstum für Wachstum ja gewisse Bestandteile da sein müssen ja damit halt Leben entsteht und altgriechisch Foto kommt von FOS also P-H-O-S Licht ja und da wird also jetzt nicht weiter ausgegangen oder eingegangen auf Sonnenlicht steht da jetzt nicht also wir leben ja in einer Welt in der die Evolutionslehre gelehrt wird und da wird halt gelehrt wir müssen die Sonne anbeten sind ja alles Sonnenanbeter die Heiden weil die Sonne bringt uns ja Leben ja aber es ist es ist letzten Endes tatsächlich so dass hier von Licht gesprochen wird und nicht von Sonnenlicht und wir setzen das als Menschen immer gleich dafür dient die Studie um solche Probleme oder solche Fehler eben Recht zu setzen damit uns ein Licht aufgeht genau damit uns ein Licht auf der fünfte Tag und Gott sprach das Wasser soll Wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmels Ausdehnung und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen die sich regen von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art und Gott sah dass es gut war und Gott segnete sie und sprach seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde und es wurde Abend und es wurde morgen der fünfte Tag und Gott sprach die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art Vieh Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art und es geschah so und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art und Gott sah dass es gut war und Gott sprach lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde auch über alles Gewürm das auf der Erde kriecht und Gott schuf den Menschen in seinem Bild im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige das sich regt auf der Erde und Gott sprach siehe ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben das auf der ganzen Erdoberfläche wächst auch alle Bäume an denen zusammengetragende Früchte sie sollen euch zur Nahrung dienen aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem was sich regt auf der Erde und allem in dem eine lebendige Seele ist habe jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so und Gott sah alles was er gemacht hatte und siehe es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag dies beendet die Lesung von Kapitel 1 aus Genesis und ich möchte da nächstes Mal noch tiefer drauf eingehen und zwar auf die Verse 29 bis 31 oder besser gesagt 29 und 30 aber ehrlich gesagt ich bin inzwischen schon ein wenig müde das war schon ganz schön anstrengend die ganze Zeit hier aber ich möchte das gerne fortfahren nächstes Mal und dann möchte ich explizit auf die Verse 29 und 30 eingehen weil die sind sowas von wichtig wir können auch 28 Daumen beinnehmen die letzten drei Verse hier 28 29 30 die sind sowas von unglaublich wichtig zum Verständnis für viele Dinge zum Beispiel und das werfe ich jetzt nochmal in den Raum dann könnt ihr bis zur nächsten Studie mal nachdenken ich sage euch Pflanzen leben nicht das geht sogar hier raus hervor aber dazu mehr ein anderes Mal und da hat sicher Michael und Viktor noch eine abschließende Bemerkung zu von daher würde ich sagen Michael dann du gerne und da Viktor der Initiator dieser Lesung ist kann er auch gerne das letzte Wort haben Ja Jörg dann vielen Dank für die Lesung ich habe da auch noch ganz viele Anmerkungen für das nächste Mal ich habe mir schon parallele Bibelferse rausgesucht Ja aber wenn du jetzt noch über Dinge schnacken möchtest können wir das auch noch nur mit der Lesung schnacken willst kannst aber wenn du die Themen reingehen die ich gerade angesprochen habe lass uns das für nächstes Mal aufhalten genau es ist einfach so wenn du sagst und das lege ich ja auch so dass Pflanzen kein Leben haben weil die keine lebendige Seele haben bin ich ja froh dass mein Frettchen wenigstens eine hat auch wenn ich die manchmal überhaupt nicht mehr durchblicke weil halt einfach irgendwie nur sehr sehr einseitig gepolt ist aber gut wo ich darauf hinaus wollte ist die Geschichte dass es einen Querverweis gäbe zum Jesaja Kapitel 45 7 wo geschrieben steht ich bin der Herr und keiner mehr der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis der ich Frieden gebe und schaffe das Übel ich bin der Herr der solches alles tut und da spricht also der Schöpfer Gott von der von seiner Kreation und der das Licht gemacht hat und schafft die Finsternis und auch das Übel schafft und so könnte ich beispielsweise hingehen und sagen gut wenn am Anfang nun tatsächlich das Licht geschaffen wurde und Jesus Christus das Licht der Welt ist im Johannes Kapitel 8 Vers 12 ich bin das Licht der Welt dann ist auch für mich ganz klar wer die Finsternis besetzt denn der Herr spricht ja hier und schaffe das Übel und so habe ich da auch wieder eine Sache drin als kompletten Counterpart als Gegenpart zum Licht der Welt ja da habe ich auch die Finsternis der Welt und der wird auch den Fürst der Finsternis beispielsweise genannt und ist auch in den Nacht und Nachtstunden am aktivsten ja und deswegen finde ich halt diese Bibelstudie immer so interessant egal ich könnte mir wahrscheinlich dieses Kapitel 10 mal durchlesen hätte 11 verschiedene Inspirationen dazu wie man das jetzt noch miteinander verbinden könnte will aber nur zum Abschluss eins noch sagen es gibt meiner Meinung nach kein einziges Kapitel in keinem Buch der Welt das auf einer Seite so viel zusammenfasst dass man eigentlich ein ganzes Leben damit beschäftigt ist um da komplett so viele Informationen rauszuziehen wie sonst nirgends und das schafft meiner Meinung nach ein Mensch vor 3500 Jahren wo das aufgeschrieben worden ist ja du sagtest ja am Anfang 1500 vor Christus richtig korrekt ja das schaffst du doch als Mensch nicht dermaßen viele Verweise da rein zu setzen und das so zu formulieren dass es halt schafft meiner Meinung nach ein Mensch nicht das muss schon wirklich so das ist so fundiert da passt eins zum anderen und das hat so viel tiefschichtige Bedeutung nicht dass ich das Mose nicht zutrauen würde oder einem Adam nicht zutrauen würde darum geht es nicht aber dieses Wissen kann man nicht erwerben denn dieses Wissen kann ein Mensch nicht haben der ja erst am sechsten Tag geschöpft worden ist ja und von daher muss ja irgendwo die Quelle nicht menschlichen Ursprungs sein und das ist für mich einfach auch die schlagende Gesichtsschichte dann dazu dass die Bibel das inspirierte und wahre Wort Gottes ist denn ansonsten wären die Kapitel oder wäre das erste Kapitel würde ja nicht mit 1 1 anfangen sondern hier anfangen bei 1 24 das heißt es würden uns 23 Verse fehlen wo der Mensch überhaupt keine Meinung zu haben kann wo er kein Wissen zu haben kann ja und da ist die Frage wo kommt denn dieses Wissen her das Wissen muss ja irgendwo herkommen das muss ja irgendwo übertragen oder erzählt worden sein und das ist doch eine Geschichte der Mensch ist ja erst am sechsten Tag geschaffen worden und nicht am ersten Tag und wenn wir die Chronologie uns anschauen wie gesagt die Evolutionstheorie die Urknalltheorie die Biologie und so weiter alles widerspricht dem aber widerspricht in sich selber auch den anderen sogenannten Wissenschaften ich habe genug Beispiele wo die Physik der Biologie beispielsweise widerspricht aber es geht hier darum zu schauen wo kommen denn also wie kann man denn ansonsten die Sache erklären und so auf den Punkt bringen und dieses Wissen muss halt übermittelt worden sein den Menschen die dieses aufgeschrieben haben vor immerhin 3500 Jahren ja da können die dieses Wissen nicht selber in irgendeiner Art und Weise erworben haben denn die Schöpfungsgeschichte erzählt ja nun mal halt einfach von der Chronologie und das ist für mich halt auch eine sehr sehr interessante Sache woran man doch beweisen kann dass die Schrift göttlich inspiriert ist denn es muss ein Wesen sein was außerhalb dieser Schöpfungsgeschichte steht dass diese Schöpfungsgeschichte dann nicht nur kreiert sondern diese Schöpfungsgeschichte dann auch den Menschen erklären kann ansonsten bewegen wir uns jetzt hier auf einem Level den wir mit unserem Verstand ohnehin nicht mehr begreifen können weil wir halt limitiert sind auf dieser Erde weil wir limitiert sind mit unseren Sinnen es gibt ja genug Lebewesen die beispielsweise viel weiterentwickelter Sinne haben wie wir wenn man beispielsweise an Hunde denkt die im Ultraschallbereich hören wenn man an Delfine denkt die beispielsweise über extrem weite Entfernungen sich bemerkbar machen können und 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 wenn man über Radiowellen darüber nachdenkt und die ganzen Sachen also es gibt da ganz viel Wissen was uns verschlossen ist und diese Bibel in sich da habe ich jetzt wirklich keinen Widerspruch gefunden ich habe nur gemerkt dass egal wann ich habe und das traue ich einem Menschen nicht zu ich traue diese Intelligenz einem Menschen nicht zu ich traue einem Gott der außerhalb von Raum und Zeit steht alles zu und zwar im positiven Sinne und damit gebe ich weiter an Viktor Ja vielen Dank für die Worte und für die Beiträge also allgemein bin ich sehr glücklich über die Lesung und kann nur sagen oder bete dafür dass die Information und alles das was wir ja heute auch aus der Bibel vorgelesen haben dass das mal angenommen wird von den Menschen die vielleicht vorher noch nicht in der Schrift in der Heiligen Schrift oder damit bewandert waren mit dem Wort Gottes mit der Bibel dass die hier vielleicht mal einen entsprechenden Reiz mal gesetzt bekommen haben um sich damit mal ein bisschen mehr zu beschäftigen auch jetzt nach der Lesung vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber zu sinnieren was wir uns dann alles vom Mund fusselig geredet habt ich auch so interessante viele Dinge die auch nur in diesen wenigen Versen waren doch fand ich auch viel viel Wissenswertes und ja allgemein wir machen ja noch parallel die Lesung mit Herrscher des Bösen wo wir auch noch mal detailliert auch eingehen warum denn den Menschen in den Bildungseinrichtungen das Wort Gottes oder beziehungsweise was dann alles da getan wird um eben nicht das Wort Gottes zu lehren und dahingehend kann ich auch nur jedem raten dahin diese Lesung zu verfolgen um das ein bisschen besser zu verstehen diese Hintergründe wie letztendlich der Teufel oder welche Methoden der Teufel einsetzt benutzt um ja dafür zu sorgen dass die Menschen eben nicht in der Bibel lesen und allgemein was mir noch aufgefallen ist ich glaube bei den Juden ist es auch so dass die das auch mit dem Tag und Nacht dass die das auch so machen also wenn die Sonne untergeht dann fängt der neue Tag an das war glaube ich noch meine Information und das ist ja auch biblisch und es ist ja auch in diesen ersten Tagen wir sind jetzt bis Tag 6 gekommen es steht ja auch nichts drin von wegen das ist jetzt der Montag das ist der Dienstag oder also wir sehen ja hier auch schon dass der himmlische Vater hier nicht irgendwelche Namen oder was dergleichen ordiniert hat das kannst du gerne für nächstes Mal aufheben das hebe ich mir sonst auch weiter sonst gerne noch für nächstes Mal auf das geht ja nächstes Mal auch damit weiter wir haben ja sechs tage gehabt aber wir wissen Mal noch ein paar interessante Punkte die ich ja bereits angekündigt habe und wo Michael auch sagt da gibt es noch viel Gesprächsbedarf und wo du natürlich auch noch sicher viele Dinge dazu sagen könntest das wäre dann für nächstes Mal und dann gehen wir natürlich auch in der Schöpfungsgeschichte weiter weil wir sind ja mit der Schöpfungswoche erst zu Ende wenn sieben Tage besprochen sind von daher lauft man nicht raus sondern lass die Leute mal ein wenig mit dem Cliffhanger sitzen ja alles klar gut dann machen wir das so auf die Art und Weise ja ich werde mich dann auch wieder freuen aufs nächste Mal von euch zu hören und ja ich sage dann noch Tschüss und bis zum nächsten Mal